Gesetzliche Rentenversicherung, betriebliche und private Altersvorsorge, Sparpläne, Fonds. Gar nicht so einfach, bei der Altersvorsorge den Überblick zu behalten. Dabei ist es eigentlich nicht schwer, denn grundsätzlich gilt die simple Regel, lieber früher an später denken. Die bekannteste Altersvorsorge ist die gesetzliche Rentenversicherung. Sie basiert auf dem Umlageverfahren. Das, was Arbeitnehmer einzahlen, geht an die Rentner. Und am Ende haben alle etwas davon. Das System stößt aber an seine Grenzen. Immer weniger junge Menschen müssen für immer mehr Ältere aufkommen. Verständlich also, dass viele Menschen zusätzlich eine betriebliche Altersvorsorge in Anspruch nehmen. Laut Betriebsrentengesetz Paragraf 1 ist das ihr gutes Recht. Und das lohnt sich sogar für beide Seiten. Sie freuen sich über Steuervorteile, ihre Firma über die Ersparnis von Sozialabgaben. Dann gibt es noch die private Altersvorsorge. Angestellte, Beamte, Selbstständige und Freiberufler wählen aus unzähligen Möglichkeiten, um für ihren Ruhestand vorzusorgen. Einige Altersvorsorgeformen werden sogar vom Staat gefördert. Eine private Altersvorsorge hilft Ihnen also, Ihre Rentenlücke zu schließen. Nutzen Sie diese Möglichkeit. Hauptsache, Sie denken früher an später. Besuchen Sie uns einfach in einer Filiale in Ihrer Nähe und profitieren Sie von unserer einzigartigen genossenschaftlichen Beratung. Wir finden die passende Altersvorsorge für Sie und Ihre ganz persönlichen Ziele.